Eine brillante Kampagne. Gekündigt. Was? Karriere, Beförderung, Oberärztin. Ich brauche das nicht. Ich habe einen Plan. Wir ziehen aufs Land. Willkommen in Kalottendorf. Hörst du das? Diese Stille. Geil, oder? Wer ist nicht froh, dass ihr da seid? Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Vielen Dank, ich bin Veganer. Sind das nicht die mit den spitzen Ohren und der Ponyfrisur aus dem Raumschiff Enterprise? Massage ist für Leute, die keinen Sex haben. Und wieso habt ihr zwei keinen Sex? Was? Weißt du zufällig nochmal, was wir in der Pampa wollten? Ich will allein sein. Morgen. Oh Gott, ich will sterben. Ist die Frau Doktor krank? Besoffen. Ich habe keine Angst. Das ist ein Ausdruck unserer Freude. Ein bisschen Kaffee? Ja. Sie sind schon ein bisschen seltsam hier, oder? Massiv durchgeknallt. Wir wollen hier einen Gemüsegarten anlegen. Ne, sonst würden meine Schweine denken, das ist ein Gefehl. Alles wie ohne. Oh, Nö, ich will nicht, ich will nicht, ich hab. VEganer dürfen kein Fleisch essen. Was? Und da gibt es keine Medikamente gegen? Vergesst alles, was ihr zu wissen glaubt! Ihr seid keine Schüler mehr. Ihr seid X-Men.